Willkommen meine Damen und Herren zu meiner Patreon-Page. Auf euer Anraten hin habe ich jetzt einen Patreon-Account und eben auch eine Page gemacht, zumindest so weit es eben bis jetzt möglich war. Patreon wurde mir immer mal wieder von Leuten ans Herz gelegt, die nicht viel mit Twitch anfangen können, die keine Streams schauen, die aber trotzdem auf irgendeine Art und Weise unterstützen wollen. Da hieß es dann immer, hey, mach doch Patreon, da kann man auch unterstützen, da kann man sogar verschiedene Abonnements einstellen, 1 Dollar Abonnement, 5 Dollar und so weiter und so fort. Man kann entscheiden, was man dann dafür bekommt, man kann Ziele einrichten und so weiter und so fort. Man kann also nochmal auf eine ganz andere Art und Weise zusammen interagieren und vorwerken. Das hier ist also soweit die Page, wenn ihr auf den Link klickt, der in der Videobeschreibung ist. Der wird ab jetzt immer in allen Videobeschreibungen stehen, irgendwo ein Stück weiter unten halt und über den kommt man dann hier drauf. Man wird hier begrüßt, da wird kurz erklärt, wer oder was ich bin. Die Idee ist, mit dem Crowdfunding zu vergleichen, also dass sich Künstler von der Masse bezahlen lassen, um ihrer Kunst nachzugehen. Der Hintergrundgedanke hinter der Page und dem Namen der Page ist von den früheren Patronen. Früher gab es immer irgendwelche Patronen, die Künstler unterstützt haben. Man sagt, nur durch solche Leute gibt es Werke wie die Mona Lisa und Co. überhaupt, weil Patronen dafür gesorgt haben, dass der Künstler nicht verhungert, sozusagen. Also, dass er bezahlt wird für das, was er macht. Kunst war schon damals eine Sache, wo man an sich nicht viel Geld verdienen konnte, vor allem, wenn man jemand war, der halt nicht so bekannt war. Und die Patronen-Macher haben sich gedacht, hey, wir sind doch jetzt in einer Zeit, wo man sehr, sehr leicht sogar eine Bühne hat durchs Internet und sich zeigen und darstellen kann und das, was man macht, darstellen kann und zeigen kann. Aber die Bezahlung ist nach wie vor eine schwierige Sache und Patreon soll eben ein Weg sein, um das Ganze noch etwas zu vereinfachen. Das heißt, für dich, wenn du mir auf irgendeine Art und Weise Unterstützung zukommen lassen möchtest, die über das Schauen der Videos und Streams hinausgehen, kannst du es hier machen. Ich habe jetzt für das erste fünf Abonnements eingerichtet. Das einfache Abonnement direkt ab einem Dollar. Und wenn man das kauft, dann kann man hier aktiv mitlesen. Also, bis auf diesen Post werden alle Posts in Zukunft nur an die Patronen gerichtet sein, die Minimum eben dieses ein Dollar Abonnement haben. Bevor ich die anderen Abonnements vorstelle, zeige ich euch kurz, wie das dann abläuft. Man drückt hier auf Get One Dollar Reward. Dann kommt dieser Bildschirm, dann drückt man hier auf Weiter. Und hier sind schon die zwei wichtigen Punkte, die vielen sicherlich auf der Seele brennen. Hier wird direkt eine kleine Gebühr mit drauf gerechnet. Und es steht ja dabei, dass man seine Zahlung jederzeit einstellen kann, beziehungsweise editieren kann. Also, man kann zum Beispiel auch einfach aufstocken oder eben die ganze Sache canceln. Das heißt, wenn es einem zu viel wird, kann man davon einfach zurücktreten, von diesem Abonnement oder wie es eben genannt ist. Wie man hier sehen kann, gibt es eben noch vier andere Patreon-Aufstellungen. Und zwar einmal dieses ganz privat. Wenn ihr 5 Dollar oder mehr plätscht, dann habt ihr Zugriff auf alles, was darüber ist. Also natürlich die Texte und so weiter könnt ihr auch mitlesen. Und ihr könnt aber auch Bilder sehen, die hier gepostet werden, die man sonst nicht sehen kann. Also die kommen nicht auf Twitter, Instagram und so weiter. Das sind einfach dann private Dinge, beziehungsweise Teile, die ich mit euch teilen möchte. Also mit meinen Patronen. Ab 10 Dollar wird man in Videos genannt. Also einfach irgendwelche Videos, wo ich dann wahrscheinlich gegen Ende meine Patronen aufzähle. Und jedem Einzelnen danke. Ich habe es jetzt erstmal auf 20 gecappt. Das heißt, es können jetzt nicht mehr wie 20 Leute dieses Teil haben. Ich muss mal gucken, wie das überhaupt so abläuft. Dann gibt es für 15 Dollar dieses extra Video. Das heißt, da wird dann hier ein Video von mir gepostet, das man nur auf Patreon sehen kann. Und auch nur, wenn man 15 Dollar oder mehr geplätscht hat. Ich habe mir dann aufgeschrieben, dass es sich hierbei meistens um Fragen von mir an euch handelt. Oder um gewisse Planungen für zukünftige Projekte und so weiter. Und auch die Weiterentwicklung der Page wird dann in solchen Videos einfach besprochen und mit euch durchgesprochen. Und das letzte ist einfach das Rich Boy Girl Abonnement für 20 Dollar. Da gibt es auch nur 5 Plätze. Das ist noch ein Fehler. Das ist eigentlich ein 0 von 5. Ich weiß nicht, warum da noch eins steht. Es sind noch 5 Plätze frei. Und das ist natürlich die ultimative Unterstützung. Da ist man dann einfach ein krasser Boy oder ein krasses Girl. Und hat natürlich alle Vorteile, die hier stehen. Und das habe ich im Moment auch erstmal nur auf 5 gecappt. Es gibt noch andere Dinge. Zum Beispiel kann ich hier drüber auch, wenn ihr so ein Teil abschließt, dann noch so einen Fragebogen aufschreiben, wo ihr praktisch eure Adresse schreibt, dass ich euch halt irgendwas schicken kann. Also wie eine Unterschrift oder ein Autogramm, Holzspielzeug oder sowas. Aber da habe ich mich noch gar nicht großartig eingelesen. Und ich weiß auch gar nicht, ob euch das gefällt. Das sind dann Dinge, die hier eben geklärt werden mit den Patronen, die dann irgendwann da sind. Direkt gestern kam die Frage auf, ob man, wenn man etwas spenden möchte, das lieber auf Twitch machen soll. Also in Form von einem Abonnement. Oder hier. Also wenn ihr die Wahl habt, ob ihr ein Twitch-Abonnement holen sollt oder hier ein Abonnement und mich eben fragt, was ich besser fände. Dann würde ich schon sagen, dass mich Twitch gerade im Moment etwas besser unterstützt, weil ich mit jedem Abonnement auch Abonnenten Punkte bekomme. Wenn man eine gewisse Punktzahl erreicht hat, ich glaube es sind 150, dann haben wir wieder einen neuen Platz frei für ein weiteres Emote. Aber wenn ihr so oder so sagt, dass ihr Twitch nicht nutzt, beziehungsweise darüber hinaus hier noch irgendwas machen wollt, dann könnt ihr das natürlich gerne machen. Sobald dann der erste Patron da ist, werde ich hier hustlen. Jetzt ist es ja erstmal nicht sinnvoll, da so viele Texte zu schreiben, weil es ja keiner Sau liest. Man sieht dann hier oben die Zahl der Patronen, man sieht auch hier Public, das könnt ihr alle sehen, wie viel man dann im Monat dadurch verdient. Und hier sind eben die Ziele. Also das erste Ziel ist 1 Dollar, mein erster Patron, juhu, vielen Dank dafür. Und wenn wir die 50 Dollar erreicht haben, werde ich dann ein dickes Dankeschön-Video machen, wo ich dann ausschließlich diesen Patronen danke, die mich da unterstützen und mir unter die Arme greifen. Vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Ich weiß, welche Videos sind immer so ein bisschen trocken, aber immerhin ist es ja was Neues, das kennen vielleicht noch gar nicht alle. Und da war es vielleicht halt doch mal ganz interessant, da reinzugucken, auch wenn man jetzt gar nicht vorhat, irgendwas hier zu machen. Trotzdem weiß man jetzt, was Patreon ist. Noch eine kleine Info. Ein Abonnement hier auf Patreon ist kein Twitch-Abonnement. Wenn ihr bei den Sub-Giveaways mitmachen wollt auf Twitch, dann muss es ein Twitch-Sub sein. Also dann lasst es hier lieber und geht auf Twitch. Patreon ist ein ganz eigenes Ding. Hier geht es wirklich um diese ganzen privaten Dinger. Wenn ich hier oben auf Post gehe, könnt ihr sehen, was ich da alles machen kann. Text, Image und so weiter und so fort. Wir können eigene Umfragen hier drin machen und so weiter. Es wird also einiges zu sehen und zu hören und zu erfahren geben. Ja, mir ist es aber gut. Ich bedanke mich schon mal jetzt im Voraus für alle die Leute, die mich hier auf irgendeine Art und Weise unterstützen. Vielen, vielen Dank dafür. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.